Wunderbar, dass ihr wieder reingeklickt habt zu einer neuen Aufnahme von Let's Play Mark of the Ninja. Diesmal geht's zum Fall des Hesian-Turmes. Der Weg ist frei, finde Gajan und leg ihn um, bevor Kelly seine rechte Hand dich erwischt. Ja. Wir haben neue, was war das, Ehre-Punkte? Hm, was gibt's denn hier für neue Techniken? Das brauchen wir nicht. Ich nehme die Rauchwolke nämlich wieder. Da gibt's noch keine Erweiterungen. Ja, Fledermausbeute dann. Und mehr Schutz. Wobei Schutz, hm. Das passt schon so. Okay. Unsere Waffen ausgewählt. Stimmt, wir haben beim letzten Mal das eine Gebäude in Brand gesetzt. Alltruth-Support. Ich will das Feuerdämpfer, jetzt! Ich muss nicht reagieren. Jetzt ist unsere Chance. Lass uns gehen. Geh find Karajan. Ich bleibe hier und sicher, dass niemand wieder in kommt. Go find Karajan. Erstmal die Wache hier aus dem Gefecht setzen. Das ist immer gut. Die Tür ist offen. Wir sind im Hesian. Oh, was sind denn unsere Aufgaben? Schockiere eine Wache, indem du eine andere an einem Haltepunkt erhängst. Okay, erreiche das Ende ohne irgendeine Lampe zu zerbrechen. Ich darf keine Lampe zerschießen. Töte Kelly ohne Alarm auszulösen. Und schon verflacht. Da hat er das falsche Objekt ausgewählt. Okay, nochmal. Die ist schnell erledigt. Die Tür ist offen. Wir dürfen keine Lampen zerstören. So. So war das gedacht. Alt, was ist dort unten? Komm ich da überhaupt hin? Nein, komm ich nicht. Boah, das war knapp. Die Tür geht gar nicht auf, kann es sein? Schau an das Tracking-Device. Karajan ist auf dem Weg. Wir müssen ihn und schnell fangen. Das Feuer wird nicht seine Gäste immer wieder. Folge Karajan. Okay, warte mal. Ich glaube, das war anders jetzt gedacht. Das war die perfekte Situation, um einen zu erhängen. Okay, ich habe zwar Alarm ausgelöst, aber ich habe meine Aufgabe zumindest erledigt. Der ist jetzt wahnsinnig geworden. Der ist jetzt wahnsinnig geworden. Wo ist der andere Typ hin? Wo ist der andere Typ hin? Nix, hey. Den kann ich sogar gebrauchen. Und den kann ich verstecken. Okay, das mit dem Töten muss ich jetzt später machen, weil ich habe ja schon Alarm ausgelöst. Na komm, das war jetzt ein Witz. Ich hatte doch die Leiche hier. Hat aber einen Vorteil. Ich kann jetzt nochmal das erledigen. Ohne entdeckt zu werden. Tja, war da was? Hast du auch was gehört? Hey, buddy. Okay. Vielleicht war da gar nichts. Flucht. Ich will den da runterkriegen. Nicht mich. Den. Eins und zwei. Und schon haben wir viel mehr Punkte. Und ich habe ein Problem. Wobei nicht ganz. Du bist mir zu nah hier. Komm. Eigentlich brauche ich den ja gar nicht. Dort unten. Das irritiert mich immer noch, dass ich da nicht hinkam. Ich befürchte, ich muss einfach mal dorthin gehen. Und mir die Situation nochmal genauer anschauen. Das kann jetzt sein, dass da ein Raum ist, den ich nicht betreten kann. Gut, das kann ich... Halt! Ich sehe leider auch nicht, was da drinnen ist. Ich weiß nur, dass ich jetzt, ähm... Keine Probleme auch da rein zu kommen. Hm. Ich vertraue einfach mal darauf, dass da keine Schriftrolle versteckt ist. Wenn doch. Ich wüsste nicht, wie ich jetzt im Moment da reinkomme. Machen wir weiter mit Kontext. Okay. Dort oben ist eine Lampe. Ah! Ah, oder? Könnte da was sein? Erstmal bist du ruhig. Ich kann mich auch gleich hier verstecken. Ah, hier ist eine Herausforderung. Ja, die bestreiten wir doch gleich mal, oder? Okay, Lasers. Lass mich raten. Brauche ich nicht. Erstmal... Hier... Ausschalten. Okay, der Laserstrahl dort oben macht mir schon mal keine Sorge mehr. Du musst bestimmt nach unten. Dann schauen wir hier mal rein. Hm. Hm? Okay. Aber da ist sonst nichts mehr. Was ist hier vielleicht noch? Ah, ein Schalter. Ja, okay. Die Seite stört mich jetzt... ...nicht mehr. Ah, ich verstehe schon. Jetzt muss erst mal das Teil auf den Schalter hin. Genau. Okay. Hm. Ja, okay. Macht Sinn. Jetzt muss ich das Teil hier... ...hoffentlich runterschubsen. Ah. Hervorragend. Dann machen wir hier einen Laserstrahl aus. Gut. Der andere geht wahrscheinlich durch den anderen Knopf auch noch aus. Badum. Geschafft. Die Rolle ist unser... Es war auch die erste. Es war auch die erste. Es war auch die erste. Was haben wir denn da? Ach, da ist auch eine Lampe. Aber die dürfen wir ja nicht zerstören. Ich glaube, wenn das Licht aus ist, ist es am effektivsten. Boah, ich habe einen neuen Gegenstand in meinem Inventar, heißt es. Was auch immer das bedeutet. You fools, let that building burn. Let them all burn. You are here to protect me. Netter Mensch. Never mind the fire. We need to secure the tower. Okay. Ah, hier geht's weiter. Oh, jetzt kommen ja einige vorbei. Drei Stück. Vielleicht kommt hier oben einer vorbei. Tatsache. Einer weniger. Zweiter weniger. Und auch der dritte konnte mir nichts anhaben. Zwei kann ich sogar verstecken. Wirkt das hier, das Verstecken? Oh, schade. Dann kann ich doch keine verstecken. Einen hingegen brauche ich, um den Scheiß hier abzuschalten. Nicht bewegen. Nicht bewegen. Nicht bewegen. Die Tür ist aber kaputt. Gut, das hat der eine nicht bemerkt. Schau, wie dumm werden hier alles Dunkel ist. Verflucht. Ach, das ist schön, wenn man diese Fähigkeiten hat. Das macht alles mal einiges einfacher. Ah, toll. Das macht natürlich schön aus. Ah, hier muss ich rein. Erst mal unten schauen. Hier, nein, das ist nichts. Okay, vorsichtig. Könnte ja was sein. Hier, erst mal Equip. Schauen, ob das neu ist. Nein. Ja, ja. Das belassen wir auch alles, so wie es ist. Alles wunderbar. Hier, da haben wir doch jemanden. Hallo, komm her. Ja, ha, ha, ha. Er ist nach vorne. Sieht so, wie es wir brauchen, um zu über dem Elevator zu kommen. Erst mal hier den da vom Turm schmeißen, um vielleicht extra Punkte zu bekommen. Jawohl. Extra Punkte sind immer nice. Hm. Ich habe ja nicht viele Auswahlmöglichkeiten, was ich hier machen kann. Da ist so ein Crane Checkpoint oder was. Dann schauen wir erst mal nach oben. Oh, okay, toll. Alles klar. Ein paar Sensoren halten uns auf. Dort oben ist eine Rolle. Wo immer. Das war's für heute.